Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt heute ein Türchen am Kalea Bierkalender vielleicht schon geöffnet und habt dieses Bier hier von der Camba Bavaria rausbekommen, das Four Sessions. Und ich war selber noch nie bei der Camba Bavaria, aber ich habe mir kompetente Begleitung mit der Birgit Rieber herangeholt. Servus, Birgit. Grüß dich, Martin. Birgit, Camba Bavaria, eine Brauerei, die meines Wissens an einem Brauanlagenhersteller so ein bisschen mit dran hängt, aber gute Biere macht, keine Frage. Was gibt es über die Camba so Wissenswertes zu erzählen? Es ist tatsächlich so, wie du das sagst. Die Camba war ursprünglich geplant als Technikum für die Braukun. Die Braukun ist ein Brauanlagenbauer, ein Anlagenhersteller und hat eine Muster, sage ich jetzt mal, Brauerei hergerichtet, auf der die Kunden der Braukun nach wie vor, das gilt für heute auch immer noch, ihre Probesude machen können, schauen können, wie funktioniert die Anlage. Die Biere, die auf dieser Anlage gebraut wurden, sind schon, ich würde sagen, zehn bis elf Jahre ist das schon her, sind sehr erfolgreich gewesen, sehr gut und letztendlich ist aus diesem Technikum eine eigene Marke entstanden, nämlich Camba Bavaria. Das heißt, die Camba Bavaria ist jetzt eigentlich auch losgelöst von der Braukun. Sie ist, glaube ich, noch in ziemlich räumlicher Nähe. Es gibt nach wie vor das Technikum, aber es ist ein eigener Wirtschaftsbetrieb, der jetzt nicht irgendwie als Anhängsel an der Brauerei dran ist, sondern die arbeiten separat. So ist es, genau. Ganz eigenständiges Unternehmen, ist tatsächlich räumlich immer noch ganz nah dran beim Hersteller, der Braukun und bietet in der Zwischenzeit, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, sehr, sehr schöne Brauereiführungen an. In der neuen Brauerei, die sind übersiedelt von Truchtlaching am Chiemsee nach Seon in der Nähe des Chiemsees und haben dort auch eine Bäckerei. Also es lohnt sich, da mal hinzugehen und sich aus dieser Riesenauswahl, die die Camba an Bierstilen produziert, dann auch das eine oder andere Bier zu gönnen. Und ich glaube, Sie bieten auch eine Plattform für kleine Brauereien, die noch keine eigene Brauerei haben, die dann in der alten Camba Brauerei brauen können, aber auf wirklich guter Technik, dass hochwertige Biere bei rauskommen. Ich glaube, Frau Gruber ist ja so ein Name, der wirklich in der Craftbeerszene richtig groß geworden ist. Und die brauen meines Wissens ja auch in der in der alten Camba Brauerei. Also unterstützen letztendlich auch den Craftbeermarkt und fördern somit auch die Biervielfalt, nicht nur mit den eigenen Bieren. Ich glaube, Sie haben unfassbar viele eigene Bierstile. Ich kann mich erinnern, weil du gerade zehn Jahre gesagt hast. Ich überlege gerade, ob das meine erste Braukunst live gewesen ist. Und da war der Stand von der Camba Bavaria, ich weiß nicht, wie viele Tabs, die dort gehabt haben. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend. Das war sehr beeindruckend. Also ich würde sagen, die Camba Bavaria gehört tatsächlich zu den Pionieren in der deutschen Craftbeerszene. Auch was Spezialitäten anbelangt, holzfassgelagerte Biere, da war die Camba, würde ich sagen, sehr vorausschauend und hat es schon gemacht. Da hat in Deutschland zumindest noch niemand anderes ins Holz gelegt. Was haben wir denn heute mit dem Four Sessions für ein Bier? Heute haben wir ein Session Pale Ale. Session bedeutet in dem Fall, dass es eine leichtere Variante des klassischen Bierstil Pale Ales ist. Das ist der Ausdruck, den man in der Craftbeerszene immer dann anwendet, wenn man eine Leichtversion macht. Wobei Leichtversion ja immer die Herausforderung für den Braumeister ist, es vielleicht dem Alkohol ein bisschen leichter zu machen. Das ist ja die Leichtigkeit, die dann dazukommt. Aber eben die Leichtigkeit nicht in den Geschmack einziehen zu lassen, sondern eben den vollen Geschmack bei gleichzeitig reduziertem Alkohol zu machen. Genau so ist es. Also es ist die höhere Braukunst, ein leichtes Bier gut zu machen. Birgit, dann würde ich sagen, du kannst was, was ich nicht kann. Du kannst Flaschen mit diesem Nagelflaschenöffner aufmachen und ich bewundere Leute, die das können, weil ich breche mir. Ja, das ist fürchterlich. Ihr solltet mich manchmal sehen, wenn ich, ich versuche es nämlich immer wieder und ich schaffe es nie. Und ich habe, als die Birgit den Flaschenöffner hergenommen hat, hat sie gesagt, ja, habe ich sie gefragt, ob sie das wirklich kann. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Und naja, schaut euch meine linken Hände an. Ich gieße uns schon mal rein in den wunderbaren Four Sessions. Session Pale Ale. Four Sessions. Hat das auch vielleicht was mit den Zutaten zu tun? Sind da vier Hopfensorten zum Beispiel drin? Es sind drei Hopfensorten drin. Ja, insofern bezieht sich das nicht auf die Hopfensorten, auf die Zutaten, sondern, ich muss ganz ehrlich sagen, ich rate, ich würde mal sagen, es hat auch etwas zu tun mit einem Bier, von dem man vielleicht bei jeder Session, bei jeder Party, bei jedem Event ganz leicht und locker mindestens Bier trinken kann. Ah, ich hätte jetzt aus dem Englischen gedacht, four Sessions, also für die Sessions, aber vier ist natürlich für den Brauer. Ja, bei Licht betrachtet ist diese Runterbrechung eines Bierstils ein bisschen aus dem Gedanken entstanden. Ja, es ist als Session IPA ja entstanden, weil das IPA ist ja nun mal mächtig mit oft über sechs Volumenprozent Alkohol. Da verträgt man schon ein Session. Es hat 4,1 Volumenprozent, das Bier. Also tatsächlich ein bisschen leichter und mit 28 Bittereinheiten dann auch für ein Pale Ale ganz anständig. Absolut, im Gewünschten von mir als überzeugte Hopfenliebhaberin angenehmen Bereich. Naturtrüb, wunderbar dunkelgoldfarben, auch der Charme geht schon ein bisschen in die Cremefarbe, ist nicht mehr ganz weiß, das ist ganz fein. Also wenn das Malz schon ein bisschen Farbe hat, dann nimmt der Charme auch schon ein bisschen Cremefarbe. Aber sitzt schön kompakt oben drauf, also der bewegt sich wirklich am Stück, hätte ich jetzt mal gesagt. Genau, hat Eischnee-Charakter. Ja, genau. Ja, ist lustig, man versucht den Schaum vielleicht irgendwie ans Glas zu hängen, aber das geht einfach nicht. Und der Charme, der liefert uns natürlich jetzt auch eine Decke für die Aromen. Also wir haben tatsächlich in der allerersten Nase Aromen, die aus dem Hopfen kommen, ganz feine Pfirsicharomen, ein bisschen was Zitrushaftes, ein bisschen was Blumiges, aber es spielt auch des Malz schon ein bisschen mit, sehr vielfältig. Und das finde ich ja auch angenehm, wenn die Braumeister in dem Pale Ale nicht immer die Herausforderung sehen, nur zu zeigen, was da hopfen kann, sondern halt auch das Malz eben sowohl ins Aroma zu bringen, als auch nachher, das muss ja nachher noch probieren, aber das auch ein schön balanciertes Bier nachher hinbekommen, dass es eben nicht nur hopfenlastig ist. Genau, also die Hopfenlastigkeit, das können wir beruhigen, den IPAs überlassen, vielleicht auch den kaltgehopften Lagerbieren, aber im Pale Ale ist es wirklich genauso. So, Wein im Duft, sehr zum Wohl. Wunderbar, ganz feine Perlage, also das Bier hat garantiert genügend Zeit im Lagertank verbracht. Kohlesäure ist ganz fein eingebunden, cremig und hat trotzdem eine schöne, frische, ganz, ganz dezente Säure, die den Malzcharakter ein bisschen unterstützt. Aber sehr schlank, also man trinkt das Bier und sagt, okay, es ist so diese erste Assoziation, wenn der erste Schluck die Zunge berührt hat, ah, das ist tatsächlich ein Bier, von dem kann ich heute Abend tatsächlich mehr trinken. Also man weiß sofort, es wird nicht schwer, es ist ein schönes, leichtes Bier, von dem ich mehr trinken kann. Die Fruchtigkeit ist aber auch im Geschmack ganz toll da, so ein bisschen tropische Frucht vielleicht auch mit dabei. Und die Bittereinheit mit 28 würde ich sofort unterschreiben. Also das ist sehr dezent, es ist da, leichte Präsenz, aber weit entfernt von, was wir von IPAs kennen. So ist es, genau. Und trotzdem trägt es alle Aromen ziemlich lang mit sich. Das ist eben die Kunst, wenn man Bier hat, das weniger Alkohol hat. Alkohol ist ja einfach auch ein Geschmacksträger. Je weniger drin ist es, desto schwieriger wird es, die Aromen von Anfang bis Ende durchzutragen. Und das gelingt den Four Sessions. Und es hat auch, und das ist ja eigentlich auch wieder ein Beweis, dass man sich da viel Mühe gegeben hat, es hat auch einen gewissen Nachtrunk. Es ist jetzt nicht sofort nach dem Schlucken vorbei, sondern es bleibt so ein bisschen von dem Malz im Mund hängen, es bleibt ein bisschen von der Fruchtigkeit und ganz dezent auch diese blumige Hopfigkeit hat man dann auch noch im Mund liegen. Und wenn man sich daran erinnert, ist es noch was in der Flasche, du könntest noch mal was trinken. Genau. Also was ich vielleicht auch noch ganz spannend finde, es ist, es lohnt sich, den zweiten Schluck ganz groß zu nehmen und wirklich mal so über die Zunge zu spülen und dem Bier ein bisschen Zeit zu lassen, dass sich auch über die Kohlesäure die Aromen nochmal entbinden lassen können. Und dann hat man diese komplexe Fruchtigkeit und hat grasige und harzige Noten aus dem Hopfen, die fantastisch sind. Und die ganze Bandbreite des wirklich schönen Biers zeigen. Du sprichst gerade was an, was ich persönlich auch so als Erfahrung habe. Es gibt viele Biere, die fangen erst am dritten Schluck an, richtig zu funktionieren. Also beim ersten denkt man, ja gut, aber reißt mich jetzt noch nicht vom Sockel. Und man merkt so mit dem zweiten oder dritten Schluck, das Bier entwickelt sich dann, der Mund gewöhnt sich dran, die Geschmacksknospen entfalten jetzt gerade die ganze Arbeit. Und man denkt dann so, ach, das hätte ich beim ersten Schluck nicht gedacht. Also man muss tatsächlich, vielleicht auch im Vergleich zum Wein kosten, man muss dem Bier dann auch mal die Chance geben, zwei, drei Schlücke zu nehmen. So ist es, genau. Birgit, dann sage ich danke, dass du da gewesen bist. Das Kammer Bavaria Four Sessions heute bei euch im Bier-Advent-Kalender vom Bier-Tasting Club. So schaut die Flasche aus. Und vergesst bitte nicht, das Bier zu bewerten und eure Meinung zum Four Sessions uns bekannt zu geben, kundzutun, mit anderen Usern zu teilen. Und viel Spaß dann auch in den weiteren Tagen im Advent-Kalender. Birgit, danke. Viel Spaß. Dankeschön. Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal.